Einen Bogen. Den Bogen ganz gut. Solange es natürlich gut geht. Weil es wahrscheinlich... Sei vorsichtig. Hier! Auf der Decke! Sieht sich weg! Geh ran! Ich passe auf! Sowohl von links als rechts kann jetzt auch einer kommen. Kommen sie jetzt? Okay! Alles sauber! Hohohoho! Gehen wir raus zu den Pferden! Holy! Holy moly! Alles klar! Willst du Hilfe? Geht schon! Na los! Geht schon! 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 Alles klar! Geht schon! Geht schon! Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Okay, mal sehen, ob ich es jetzt habe. Wenn man den vierten Angriff versaut, kriegt das andere Team den Ball. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die zehn Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Man muss es nur ein paar Mal spielen. Dann weiß man das. Hm. Hm. Universität of Ustern, Colorado, Colorado. Das nimmt man mit. Ich bleib bei Kalos. Ich hasse den Namen. Wege am Loot. Vielleicht finden wir zu Fuß mich eher was. Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir retten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Die Frage wäre eher... Nochmal... Na wohl, eigentlich... Na, kommen wir schon trotzdem mal nach. Das müsste ein neues Gebiet jetzt hier sein. Ähm... Geht. Ähm... Ah, ein optionales Gespräch fehlt uns bei Tommi. Dann hält man da alles. Schade. Ein Firefly Anhänger... Und zwei optionale Gespräche. Zwei Firefly Anhänger, ein Comic, ein Trainingsbuch... und ein optionales Gespräch. Und ein optionales Gespräch. Ah, man kann es auch noch mal aufteilen. Okay. Ah, sehr cool. Das ist mir gerade schon fast gedacht. Da die... Äh, die Pillen da vorne ist mit eingesammelt. Ne. Ruhig, Kallus. Was ist Kallus überhaupt für ein Name? Los, Brutsch. Kallus. Bescheurer der Name. Gehen wir. Das stimmt. Okay, na los. Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir retten zum Innenhof. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Komm. Komm. Komm, komm, komm. Da haben wir auch nix. Ich bleib bei Kallus. Ich hasse den Namen. Wir hatten ja keine Wahl. Den anderen uns auszusuchen. Wenn die junge Dame sich den Namen wünscht... Was haben wir denn? Dann bekommt sie den natürlich auch. Ja, sieht gut aus. Ah, nochmal Schrott. Ähm... Kisten gehen nicht kaputt. Schade eigentlich. Hier geht's nur raus. Gibt es hier noch irgendwie nach oben? Ja, ne? Hier. Ja. Ja. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Reichen. Wie war? So. Das war alles schon gewesen. Mal weiter reiten. Ach ja, die Fireflies. Halt. Aha. Habe ich's auch gespürt. Wollen wir vielleicht gucken, ob wir ein Upgrade machen. Haben wir jetzt ja doch wieder einiges an den Stock sammelt. Gar nicht. Machen wir jetzt die Kapazität. Oh, rückstoßen nochmal. Jawohl, Streuung. Naja. Eigentlich ist es egal. Das wird uns helfen. Rutsch mal. Rutsch mal. Gehen wir. Die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen. Feiern. Sich selbst finden. Herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Ein Riesenwider. Das hat ja schon fast was von Religion. Wenn's um Sport ging. Na klar. Ja. Noch mehr leere Gebäude. Hier geht es nicht weiter. Wie viele Leute sind da wohl? Die Fireflies, meine ich. Es müssen einige sein, für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Könnte gut möglich sein. Okay. Ich bin nicht nach Runnen. Bleib beim Pferd. Ich schau mal. Bist du sicher? Ja. Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Klick, klick. Das ist mir zusammengepfuscht aus. Super. Ich muss den Tütsman-Generator mit OpenJogware verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Ich pack schon mal einen Bogen aus. Für was noch sehe ich. Erzähl-Generator mit 3 Petruner. Ich setze. Ich bin nicht an UA-K Jetpo-Generator. Ich glaube, dass wir zu weit entfernt sind. Es sind auf jeden Fall mehrere. Gut, dass wir von der Seite hochgegangen sind. Nicht von der Seite. Schon mal weg vom Fenster? Ja. Noch ein Pfeil. Das war es gewesen. Mit dem Pfeil. Das war das. Okay, waren anscheinend alle gewesen. Mal gucken, wie viele Pfeile wir wiederbekommen. Mal gucken, wie viele dabei ist kaputt gegangen sind. Ach, das Statue, boah. Kurz erschrocken. Dann haben wir ja vom Muni. Mhm. Oh je. Ein Fall. Zwei. Naja, das war es schon. Schade. Die Pfeile sind kaputt gegangen. Schade, schade, schade. Ähm. Das ist ja bewegt, ne? Ja. Ja. Okay, haben wir noch irgendwas? Mann, ey. Schade. Schade mich doch nicht so. Was? Tja, als ich klein war, wollte ich wohl... Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, will ich. Sing etwas. Ähm, nein. Na los. Ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Okay, na los. Auf gar keinen Fall. Ich bitte drum. Na los. Okay, haben wir irgendwas? Ein bisschen Loot-technisches? Los. Okay. Nicht vielleicht hier oben. Komm. 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 Ja. Ah. Warte mal. Das sieht doch ja sehr verdächtig aus. 10 Schrott-Teile. Mhm. Firefly-Anhänger. Alex oder Alex. Corona. 260. 6-0. Boah, die Berge. sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Eine ganze Horde. bin. ammentanns. Und dann wird incrementiert sein. Und dann können wir verses 5 led minim create. Na komm, na komm, na komm Rodriguez Der Mr. Rodriguez hier Ah, komm ich da hoch Aha Hier war ich aber auch noch nicht gewissen Zumindest sagt mir das nix Trotthalle mitnehmen Oh ja Jetzt, äh, hier ist das Dein Buch Sehr schön, Heilung Liebe Erinnerung Oh ja So viele Opfer Ah, okay Dass wir dessen übersehen hatten Das verwundert mich Dann doch ein wenig Geek Ah, da Tatsächlich Ich weiß gar nicht, ob es jetzt da weiter geht Oder irgendwo anders Schaue ich mir nochmal ganz fix hier um Komm mal rein Naja, sie sieht da Tagtäglich schon, also Es wird nicht der letzte gewesen sein Du, 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 du Hier war ich aber nix Hm, hm Ich hole nochmal hier kurz in den Kreis rein Aber Ich glaube, dass da auch nix Großartiges ist Komm ich da rein Gut Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt Ja, vielleicht Vielleicht Nein. Ja, geht's weiter. Moment. Schau mich jetzt hier nochmal fix um. Komm ich nicht rein? Komm ich da hoch? Auch nicht. Hier vielleicht noch irgendwas? Demo ist auch nichts. Also es hängt zumindest nichts runter. So, wenn sie nur hier weiter gehen. Lageplan der USC Campus im umkreissten Gebiet und Handschriften und Notizen. Wir werden hier barrient. Wir müssen die Barrikaden verstärken. Hier schlüpfen infizierte Durchhalte-Stadion und Buchladen ausgeliehen. Wir müssen verstärken. Das auch noch. Da ist er auch noch. Leute, hier lungert's. Überall von Infizierten. Boah, ein Snickers. Also wir sind schon voll. Schade. Schade. Was ist denn das hier für eine Figur? Kommt mir bekannt vor? Ich kann's jetzt gerade nicht zuordnen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Alter, ich will mich gerade erschrocken. Von einem fucking Geräusch. Hier ist doch irgendwo einer. Oder auch nicht. Ich dachte, ich hab gerade einen... Hat einen Stöning gehört. Komisch. Ja, das ist ein Problem. Wie lange ging das wohl gut? Ich hab schon schon 10.000 Mal gelesen. Naja, gut. Zu oft jetzt nicht, aber schon 2-3 Mal. Von der Kifferbande, die hier rumlausen. Oder gelaust haben. Ich hab doch gerade einen Stönen gehört. Einen Zombie-Stönen. Okay. . Okay. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht. schon wieder ich werde vielleicht einfach nur paranoid das könnte natürlich auch sein ich will da nicht runter genau zwei Pfeile ich wusste doch ich hab was gehört ist doch gewusst okay einen Fall bekommen wir wieder ich schalte jetzt erstmal die Clique aus boah sind es viele ist kaputt scheiße Kopfpfeile ja Vielen Dank. ...die so ausschalten kann. Es geht. Okay, wir müssen enorm, enorm vorsichtig sein. Aber die Pfeile wäre mir jetzt ein bisschen lieber. Wenn wir jetzt ein paar hätten. Alter. Der ist jetzt zugeurert. Nein. Pfeile. Yes. Sehr gut. Gut. Vielen Dank. Was? Okay, ciao. Alles klar, ciao mit V. Oh, ich wusste gar nicht, dass er noch so ein dicker da auch noch ist. Was ist es nicht? Oh, ich wusste gar nicht. Ich glaube, andere Klicker gibt es jetzt aktuell gar nicht. Okay, ich warte noch. Dann rennen die Falle. Ach, das war's schon. Oh, ein Firefly-Anhänger. Joe Warren, 310. Ja. Schön. Wir hätten auch nicht an ihm vorbeischreichen können. Aber wir müssen drücken, oder? Ja. Oh, ja. Okay. Okay, irgendeine Tür. Okay. 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 Tja, da gab's zumindest noch das US-Militär. Krass. Da gab's. Da gab es das zumindest noch. Krass. 60% schon der Weltbevölkerung. Wusste man schon. Wie viel. Ich bin interessant, wie viel Prozent jetzt noch der Weltbevölkerung lebt. Ich denke mal nicht mal 5% vielleicht. Ich denke mal nicht mal 5% vielleicht. Jo, bist du okay? Was war denn los? Infizierte. Mir geht's gut. Nichts. Ja, ja. Stress mich nicht. Mach das Tor für uns auf. Mach das Tor für uns auf. Mach das Tor für uns auf. Achso, wir müssen. Ah, okay. Hm, hm. Warten wir mal, ob der schon reicht. Anscheinlich. Jetzt hat er. Wahrscheinlich haben wir jetzt gar kein Benzin mehr. Ah. Gute auch schon. Eigentlich haben die hier so eine richtig fette Festung. Zumal hätte sie jetzt so eine richtig fetten Festung. Ausbauen können. Ist das so? Verstehst du das wirklich? Ah, warte. Ach nee, von der Oben müssen wir weggekommen. Von da sind wir weggekommen. Okay, na los. So ganz, 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 ganz langsam. Ah, Gewährmonie. Und Schrott. Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Ich bin mir aber interessant gewesen, was denn mit der Mutter von Sarah passiert ist. Ist die gestorben? Abgehauen? Von der hat man ja gar nichts mitbekommen. Firefly-Fly-Fly-Fly-Fly-Fly. Finden wir auch mal lebende Fireflies? Das sollten wir. Eric Ricks 0111. Ja, wäre schön, ne? Machen wir so ein paar lebendige. Ja, da geht's anscheinend weiter. In dem waren wir schon gewesen, in dem Zelt, ne? Schauen wir mal ganz kurz fix hier rüber. Ich glaube, hier gibt's auch noch irgendwo eine Werkbank. Wenn ich mich recht entsinne. Irgendwo. Ich glaube, hier ist das eine Werkbank. gut mal Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Sieht alles ganz schön verlassen aus. Ah, Licht. Oder vielleicht doch auch nicht so verlassen. Schauen wir mal ganz fix. Aber ich glaube, gibt es nichts. Gut. Gut. Vielen Dank. Dann einmal... Es hat funktioniert. Was will man mehr? Aber nun gut, hier geht es noch nicht weiter. Jetzt wird es schon so funktionieren. Aber was ist mit Ferdinand? Was ist mit ihm? Okay, wir sind drin. Komm Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um? Sehen wir uns um? Oh, 25 Schrott. Sehr schön. Was haben wir denn? Okay. So, die Magazinkapazität ist auch voll. So, die Kugeln passen jetzt rein. Sieben Stück. Sechs Stück. Sechs Stück. Sehr gut. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein paar Pillen. Wäre nochmal super. Oh, 15 Stück noch. 15 Stück. Ja, ich habe ja Glück, wo wir finden, die hier. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein paar Pillen, die hier in der Kugeln kommen, die hier in der Kugeln kommen. Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Richtig so. Neh. Mal da. Gott. Ich habe fast die Befürchtung, dass wir nicht genügend Schott finden, um alle Waffen auf Maximum abzugraben. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Oh, Stummgewehrmonie. Stark. Fünfzig Schott. Gut, ich habe nichts gesagt. Die restlichen fehlenden Pillen. Geil. Fähigkeiten. Maximum. Hundert Prozent. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr stark. So, ich mache trotzdem mal kurz ein paar Waffen-Upgrades, weil wir eh schon mal da sind. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Wir haben ja Zeit. Und zumindest eine kriegen wir hin. Sehr schön. Drei Kugeln. Gehen wir da jetzt auch rein. Das heißt, da fehlt uns noch eins mit fuchzig. Und dann braucht man nur noch die Shorty. Ah, kostet nur 15. Nachhaltetempo. Gehe ich auch mit. Und dann braucht man nur noch ein paar Waffen-Upgrades, weil ich kriege mir das trotzdem hin. Upgrades kosten zwar bei der Shorty nicht viel, aber es sind halt viele Upgrades. Und das darf man nicht unterschätzen. Ganz und gar nicht. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ne, anscheinend nicht alle. Oh. Na, das ist ein Full Life. Ah, okay, da geht es weiter. Geht es auch weiter. Weiter hoch geht es auch nicht. Gut, ich gehe hier lang. Okay, Wissenschaftslabore. Was ist denn das? Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst doch verrückt. weil man hinten aufhörst. Mal sind hier. Hier bin ich natürlich ein bisschen weiter. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da-dun. Danke. Ob wir jetzt überhaupt noch Pillen finden, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Ah. Okay, wir finden noch welche. Wir können sie bloß nicht verwenden. Alles klar. Natürlich. Aber die Schrotthalde können wir zumindest verwenden. Nein. Ich wollte leise sein. Okay, warte mal da lang. Wir sind von da gekommen. Ist das der Weg? Nun gut, eigentlich sind die Pillen mega unnötig, aber... Egal. 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 Ja, der sieht gut aus. Sieht ein bisschen aus wie eine Quarantänezone hier. Wohl, vielleicht hier gegen das Virus irgendwie. Angebild des Pilzenwachstums im Gehirn des Patienten. Okay, die haben anscheinend hier gegen das Virus, gegen den Pilz. Da wirks ist etwas. Oh, wie süß. Affen. Sie meinen keine Klicker. Feuerfleisch auch nicht. Tja, vielleicht sind Sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Njejeje. Weiter suchen wir. Wir werden was finden. You are so funny. Oh, die armen Äffchen. Hm. Sorry. じゃあ. Wir woßen. Ich koche tun. Ich koche. Ich koche. Ah, die Experimente haben anscheinend nichts geholfen. Wenn sie die Firefly suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ...ganze scheiße reine Zeit verschwinden. Das nicht mitmachen. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit. Vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Das sind anscheinend keine Fireflies. 24 Schuss. Schon sehr arg wenig. Egal, ob da welche sind. Wir sind Laborbusrüstung verpackt und transportbereit. Tja. Die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie. Ja. Wenn irgendwer die Freiheit versichern kann, dann hey, langsam. Ach, Mist. Oh nein. Oh nein. Der beißt. Oh mein Gott. Oh nein. 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 Moment. 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 Ich muss kurz mal den Brosor neu laden. Ich muss kurz mal den Brosor neu laden. Alter. Ich brauche... Was sind sie denn? Ah, fuck. Oh, fuck. Die arme Socke hängt da hinten fest. Okay. Okay. Oh, komm. Zeig dir den Kopf. Na komm. Ich bin ja rechts. Ich glaube, ich gibt's da jetzt gar nicht mehr. Ja, der ist weg vom Fenster. Aber es waren anscheinend nicht alle. Alter. Alter. Uh, klein, miesen Pisser. Okay. 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 Mann, Mann. Mann, 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 ey. Nicht mal seine Ruhe hat man hier. Okay. 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 Mann, 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 Mann Ich wollte gerade heimlich was trinken. Ich wollte gerade heimlich was trinken. Aua Aua Joel, wie geht's dir? Es geht Es geht Kommst du durch das Fenster? Ja Okay Oh Gott Komm schon Oh Mist Okay Du bleibst hier Ich komme dann von der Seite Ellie Du hast meine Freunde getötet, Arschloch Raus da Machen wir's auf die harte Tour Du Klasse Biest Mist Wir müssen dich hier rausschaffen Ich bin okay Das bist du nicht Joel Und jetzt komm Mach schon Hier ist keiner Schnell Hey Du machst es gut Nur weiter so Oh Mann Hier Halt dich fest Nein Kannst du laufen? Ja Dann lauf doch auch Na komm Junge Na komm Junge Bleib Sie ist bewaffnet! Vorsicht! Hey! Oh Mist! Oh Mist! Oh Mist! Du kleine Ratte! Oh! Joan! Hier! Steh auf! Leg den Arm um mich! Okay! Wir gehen! Ich schwöre dir! Wann wir das schaffen willst du für mich singen? Träum weiter! Warte! Ich öffne die Tür Es geht halt Los komm! Was? Oh scheiße! Oh scheiße! Rrrr Auch der... Einfach disappeared Komm so? Ich glaub, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße! Joel, hier! Ah! Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh ich schon auf! Joel! Wind.